Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Ich hoffe, ihr hattet wie immer eine wunderschöne Woche. Die Hitzeperiode, die ging ja richtig hart über die Alpen. Wenn wir uns anschauen, wie viel Schnee in letzter Zeit hier überall verschwunden ist, dann muss man schon sagen, Wahnsinn eigentlich. Und dieses unglaublich sporadische Wetter. Wir hatten, wenn wir uns überlegen, Ende Mai ja noch richtig kalte Temperaturen. Wir hatten Schnee, wir hatten Leute, die auch in den niederen Gegenden noch Skitouren gegangen sind. Und also absoluter Wahnsinn, heute ist dann eine Skitour natürlich nicht mehr zu denken, nicht mal auf den höheren Bergen. Also es ist schon Wahnsinn, was sich da in den letzten Tagen getan hat. Ich finde sowas immer sehr, sehr spannend zu beobachten. Aber wir reden ja heute nicht über das Wetter, sondern wie ihr im Titel bereits erkennen konntet. Es geht heute um das Stereotypen-Thema Nummer 1, über das, was alle Leute irgendwie anspricht oder eben auch nicht, wenn man über das Bergsteigen spricht, nämlich den höchsten Berg der Welt. Und das ist der Mount Everest. Und ich glaube, auch das wird jedem ein Begriff sein. Ich meine ja, selbst die Kinder in unserer Gesellschaft, die wissen, der höchste Berg der Welt, das ist der Mount Everest. Und vielleicht können wir ihn heute etwas kleiner machen, als er tatsächlich ist. Und gerade in dem gesellschaftlichen Wert etwas kleiner machen. Denn ich finde, er ist unglaublich groß. Und vielleicht, ja, vielleicht muss er ja gar nicht so groß sein. Und vielleicht gibt es ja auch die Schattenseiten, über die man mal sprechen sollte. Viele sind natürlich bekannt. Viele dieser Schattenseiten, dazu komme ich gleich noch. Gerade in Kombination mit dem Tourismus. Und ich finde aber trotzdem, dass es natürlich mal auch an der Zeit ist, in einem Alpcast, in einem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger, so ein bisschen über den höchsten Berg der Welt zu sprechen. Und ich finde, heute ist einfach mal ein guter Anlass dazu. Das Wetter ist schön draußen. Heute kommt der Alpcast ein wenig verspätet, weil ich heute auch so ein bisschen mal das Wetter genossen habe, mal ein bisschen einen, ja, fast schon einen Urlaubstag genommen habe. Unglaublich, am Sonntag mache ich normalerweise keinen Urlaub. Da sitze ich und arbeite. Aber, naja, muss auch mal sein. Und wenn das Wetter so schön ist, dann lädt die Außenwelt ja doch in gewisser Weise ein zum Verweilen. Insofern verzeiht mir die Verspätung. Aber wir sind ja noch im Sonntag. Und dementsprechend da reden wir über den höchsten Berg der Welt. Den Mount Everest. Über 8800 Meter ist er hoch und er steht an der Grenze zwischen Nepal und China. Es gibt einen Aufstieg über die chinesische Seite und einen Aufstieg über die nepalesische Seite, die als die Hauptrouten, die sogenannten Normalwege, gelten. Da wäre also einmal die Seite aus einem Land, das definitiv von der Armut gebeutelt ist, eines der ärmsten Länder der Welt, Nepal. Und dann auf der anderen Seite das Land China, ein sehr, sehr mächtig, wirtschaftlich extrem mächtiger Staat, aber auch kulturell natürlich mit einer langen Tradition, mit einer langen Geschichte, die unter anderem auch mit dem Gebirge in gewisser Weise verbunden ist, gerade wenn man in die zutiefst schreckliche Vergangenheit, aber auch in die nicht unproblematische Gegenwart mit Tibet schaut, das ja ganz, ganz stark mit China im guten wie auch im schlechten Sinne verknüpft ist. In diesem Sinne muss man also sagen, ein Berg, der zwischen zwei Ländern steht, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten, obwohl sie direkte Nachbarn sind. Getrennt sind sie durch das Himalaya-Gebirge. Und das Himalaya-Gebirge, das ist unfassbar groß. Es erstreckt sich von dem Osten Nepals bis nach Pakistan ins Karakorum, in einem Ableger. Und in dieser Gebirgskette stehen im Prinzip alle 8000er, also stehen alle 8000er und auch viele andere sehr eindrucksvolle, sehr berühmte Berge, die nicht 8000 Meter hoch sind. Und in diesem Sinne kann man sagen, der Mount Everest ist die Spitze, wortwörtlich, eines Gebirges, aber in Wirklichkeit ist er nur ein Teil der großen Masse. Denn es gibt 14 8000er, es gibt unzählige 7000er und 6000er, viele davon sogar unbestiegen. Diese Berge haben keine Namen, diese Berge haben keinen Erstbesteiger und kein Kreuz oder keine Fahnen am Gipfel dementsprechend. Also irgendwie ist er zwar was Besonderes, aber doch eigentlich könnte er, wenn man nicht genau hinschaut, in der Masse untergehen. Denn gerade sein Nachbarberg, der ist gar nicht so viel höher, so viel niedriger. Der Lotse und die berühmte Lotse-Flanke, von der erkennt man natürlich einige Bilder. Und vom Süden kommend teilen sich der Mount Everest und der Lotse einen Aufstiegsweg bis zu einem gewissen Punkt, an dem sie sich dann quasi aufspalten, in die eine und in die andere Richtung. Insofern, so etwas Besonderes ist er in seiner Form auch gar nicht, muss man ehrlicherweise sagen, der Mount Everest. Da gibt es deutlich, deutlich eindrucksvollere Berge mit einer ganz anderen Optik. Also von der optischen Seite her ist der Mount Everest definitiv eher ein Durchschnittsberg, wenn man jetzt mal seine Höhe außen vorlässt. Natürlich, Geschmäcker sind auf jeden Fall verschieden. Also es gibt auch Leute, die den Mount Everest als den schönsten Berg der Welt bezeichnen würden. Aber ich glaube schon, dass das sehr stark damit zusammenhängt, dass er eben auch der höchste Berg ist. Meiner Meinung nach gibt es Berge wie Fishtail, also den Machapuchare, der deutlich attraktiver ist aufgrund seiner aggressiven Form. Ich finde, die Amadablam ist eine schönere Gebirgsform, als es der Mount Everest sein könnte. Und da gibt es noch unzählige mehr. Nanga Parbat ist meiner Meinung nach ein deutlich gewaltigeres Massiv, gerade von der Rupal-Wandseite. Da sieht das Ganze schon deutlich imposanter aus Annapurna Südwand, auch dementsprechend interessanter, meiner Meinung nach. Also wir können nicht sagen, dass es den einen schönsten Berg gibt, aber ich finde, der Mount Everest geht in seiner Optik definitiv in der Masse unter. Man könnte zum Beispiel auch sagen, dass der Ortler und die Königsspitze und die sehen auch irgendwie alle ganz cool aus, aber sie sind eben auch nur ein Teil von vielen. Eben ist aber einer, und das ist in diesem Fall der Mount Everest, der Höchste. Und damit ist natürlich immer auch eine sehr interessante Geschichte verbunden. Schauen wir einfach zurück in Anfang bis Mitte des 20. Jahrhundert und begeben uns zuerst einmal auf eine etwas historischere Reise, um den Mount Everest irgendwie einordnen zu können. Wo spielt er in der alpinistischen Geschichte eigentlich eine wertvolle Rolle und wo nicht? Denn es ist wichtig, im Alpinismus auch immer so ein bisschen die Vergangenheit zu beleuchten, um selbst vernünftige Schlüsse für die Gegenwart daraus zu ziehen. Deshalb fangen wir da an, wo ein erster, sehr berühmter Versuch endete. 1924, die britische Mount Everest Expedition. George Mallory war nicht das erste Mal, aber war zunächst in einem sehr vielversprechenden Versuch am Berg am Mount Everest, zusammen mit Andrew Irvine unterwegs. Die beiden, die starben, und das kürze ich jetzt hier ab. George Mallory gibt es im Legenden im Porträt in der Playlist zu finden. Sehr, sehr spannender Mann. George Mallory und Andrew Irvine starben beide auf diesem Berg. Einer wurde gefunden, Mallory nämlich, und der andere Bergsteiger Andrew Irvine, der blieb bis heute oder bleibt bis heute verschollen. Irgendwo ist er. Sie starben knapp unterm Gipfel, wobei nicht zu 100% geklärt werden konnte, ob sie am Aufstiegsweg oder am Abstiegsweg letztlich umgekommen sind. Es deuten alle Zeichen darauf hin, dass sie beim Aufstieg abgestürzt sind, aber theoretisch könnte es sogar noch möglich sein, dass Andrew Irvine eine Kamera mit sich trägt, oder trug in dem Fall, und immer noch bei sich hat, dessen Film man auswerten könnte und dementsprechend feststellen könnte, ob es ein Bild vom Mount Everest Gipfel gibt. Das ließe sich relativ leicht abgleichen. Das Problem ist nur, Andrew Irvine ist verschwunden und wurde selbst in Suchexpeditionen nie gefunden. Es könnte also sein, dass eines Tages in 50 oder 100 Jahren diese Möglichkeit besteht, dass wir diese Geschichte nochmal neu aufrollen, ob sich daran dann am Ende des Tages wirklich nochmal was verändern wird an dem Resultat, nämlich an der Erstbesteigung 1953 von Edmund Hillary und Tenzing Norgay. Das wissen wir natürlich nicht. Und da kommen wir gleich zum nächsten spannenden Punkt. George Mallory war ein Teil einer britischen Expedition und der Mount Everest wurde im Zuge einer britischen Expedition erst bestiegen. Und dazu muss man nun wissen, dass Indien damals ein wichtiger Knotenpunkt für die britische Armee war. Und das Interessante ist aber, dass die Briten natürlich ein großes Interesse, gerade militärisches Interesse, daran hatten, den höchsten Berg der Welt zu besteigen. Sie versprachen sich dadurch Prestige, Macht, Einfluss und letztlich nicht nur die Tatsache, dass sie es jedem anderen Land der Welt zuvorkommen hätten können, wenn sie den Mount Everest erst besteigen hätten können. Und dementsprechend haben sie da auch sehr viele Ressourcen hinein investiert. Das Problem ist nur, dass die Briten in diesem Fall nie ganz, naja, sagen wir mal, freundlich vorgegangen sind. Im Prinzip haben sie sich, wie es Reinhold Messner mal so schön beschrieben hat, durch Darjeeling durchgeschossen, durchgeschossen, bis sie an der chinesischen Grenze standen. Und in China, in Tibet, haben sie sich dann mit den Tibetern auch noch verscherzt. Denn die wollten eigentlich gar nicht, dass dieser Berg bestiegen wird. Die Tibeter hatten ein gläubiges Verhältnis, ein religiöses Verhältnis zu den Bergen, haben sie bis heute. Und gerade zum Mount Everest. Denn er war in der Region, wie es auch der Kartograf Everest letztlich herausfand, war er der höchste, die höchste Erhebung in dieser Region. Und genau das machte ihn so interessant, aber das wussten letztlich auch die Tibeter aus ihren eigenen vier Wänden quasi, dass er der höchste ist, den sie sehen konnten. Insofern gab es hier eine gewisse religiöse Verbindung, aber natürlich auch eine symbolische Verbindung dadurch, dass wir hier vom Höchsten gesprochen haben. Die Briten hatten keinerlei religiöse Empfindungen für den Berg. Sie hatten lediglich diese symbolische Verbindung, die ich gerade vorher genannt habe. Und genau das hat die Briten dorthin gebracht und auch mit der gewissen Aggressivität und mit diesem Kontrollwahn, den sie gegenüber den Einwohnern, den ärmlichen Völkern in Tibet, aber auch in Darjeeling in Indien hatten. Jetzt sind sie also im Basislager und von da aus sagen eigentlich die Tibeter, Nein, wir wollen nicht, dass ihr diesen Berg besteigt, aber sie konnten nicht viel dagegen machen. Die Briten haben ihnen das Angebot gemacht, dass sie quasi einfach den Berg besteigen und die Tibeter sie gewähren lassen. Die andere Option wäre gewesen, dass die Briten die Tibeter umbringen. Insofern wollten das die Tibeter natürlich nicht. Sie waren waffentechnisch nicht so ausgestattet, dass sie es mit einer britischen Armee hätten aufnehmen können. Insofern war es logisch oder die logische Konsequenz, dass die Briten diesen Berg erst besteigen durften beziehungsweise einen ersten Versuch gewagt haben. Die nepalesische Seite, die war grundsätzlich schon bekannt. Ironischerweise dachten die Briten aber, dass es über die Nordseite, also über die chinesische Seite, deutlich einfacher sei. Heute könnte man sagen, es nimmt sich ehrlicherweise nicht viel. Damals hätte man gesagt, der Kumbu Icefall in Nepal auf der nepalesischen Seite, der wäre nicht zu überwinden gewesen. Unter den heutigen Umständen wissen wir, dass die nepalesische Seite vielleicht sogar um einen Tick einfacher ist, als die chinesische Seite. Insofern, na gut, die Entdecker, die wussten es eben nicht besser und die hatten natürlich auch dementsprechend erschwerte Voraussetzungen. Kommen wir also jetzt zur nepalesischen Seite. Denn da, da wollten Edmund Hillary und Tenzing Norgay zusammen den Mount Everest besteigen. Beide, einmal ein Scherper und einmal ein begabter Bergsteiger, auch über ihn habe ich schon mal eine Episode-Legenden im Porträt gedreht, aus Neuseeland, waren definitiv nicht nur begabt, sondern auch sehr, sehr zielstrebig in ihrer Sache. Sie wollten unbedingt den Mount Everest besteigen, aus ähnlichen Gründen, denn auch hier wieder eine britische Expedition steckt dahinter. Das heißt, wir haben hier groß organisierte Vorgehensweisen, um einen Berg zu besteigen, was zu dieser Zeit aber definitiv nicht ungewöhnlich war. Trotzdem, es ging vor allen Dingen um eine symbolische Wirkung, um eine symbolische Nachricht an den Rest der Welt. Über die nepalesische Seite, da ging es definitiv einfacher. Und auch viele nepalesische Sherpas wurden damals eingesetzt. Und dementsprechend wurde hier mit einer Zielstrebigkeit ein Camp gebaut und dann noch ein Camp gebaut. Und das war eben eine militärische Mission. Insofern war das dementsprechend strukturiert. Und letztlich fiel dann im Jahr 1953, nämlich ganz genau am 29. Mai, tatsächlich die Besteigung des höchsten Berges der Erde. Wenn Edmund Hillary heute oder kurz vor seinem Tod gewusst hätte, was er damit ins Rollen bringt, ich persönlich würde bezweifeln, dass er es mit gutem Gewissen damals 1953 trotzdem gemacht hätte. Wie komme ich zu dieser Annahme? In den letzten Jahrzehnten hat sich nämlich viel verändert. Gerade zwischen 1953 und 1990, da passierte am Mount Everest durchschnittlich viel. Es war Betrieb, es war immer noch ein bisschen Erkundungszeit. Wir hatten noch nicht die technischen Möglichkeiten der Analyse der Region über Satelliten, über professionellere Kartografien. Das war alles noch nicht so möglich. Und dementsprechend war es immer noch eine gewisse Entdeckungsreise, auf die man sich begab in dieser Zeit, wenn man mehr über den Mount Everest erfahren wollte. Doch 1990, oder in den Nullerjahren, sagen wir es so, da tat sich dann was. Nämlich, wir hatten sehr viel Informationen und wir hatten gleichzeitig ein Land, nämlich Nepal, welches die Chance witterte, sich aus diesem Käfig der Armut zu befreien. Nepal war 1990, in den Nullerjahren, ein unglaublich heruntergekommenes Land. Es gab keine asphaltierten Straßen, Es gab keine großartigen Siedlungen mit Zentren, sondern es gab nur kleine Dörfer, teilweise aus Lehm gebaut oder großteils aus Lehm gebaut, wenig tatsächlich aus Beton. Es gab keine echte Wirtschaft, es gab keine große Infrastruktur. All das war einfach nicht vorhanden. Ein armes Land eben. Mit dem Mount Everest witterten dann die Nepalesen und die nepalesischen Regierungen, welche manchmal mehr einem Regime gleichen als einer richtigen Regierung, aber in erster Linie entsprechen sie dem Chaos, der Chaosregierung. Da kann man schon sagen, dass jede Regierung den Eindruck hatte, hier lässt sich Profit machen mit einem Berg. Das bedeutet, und das steht ihnen vollkommen zu, dass sie ihre Seite kommerzialisiert haben. Sie haben die Sherpas, die am Fuße des Mount Everest im Kumbu-Tal wohnhaft sind, aber mittlerweile eigentlich aus komplett Nepal stammen und nur noch unter dem Begriff, unter diesem Arbeitsbegriff Sherpa arbeiten. Sie haben sie quasi fast schon gewerkschaftlich vereinigt und unter Agenturen angestellt und damit haben sie dann eine Grundlage gebildet, um Leuten den Aufstieg zum Mount Everest zu ermöglichen. Das gab es früher auch schon, aber in den 50er und 60er Jahren, aber auch in den 70er Jahren, auch in dieser Ära Reinhold Messner, da gab es diese Sherpas auch schon, aber die waren nicht in diesem Sinne organisiert, in diesem Sinne verwirtschaftlicht, sondern es waren eher Ausnahmen, dass es tatsächlich so gute Vermittlungsmöglichkeiten gibt wie heute. Diese Vermittlungsmöglichkeiten, wie es sie heute für Sherpas, Guides und Co. gibt, das ist nicht zufällig, das ist auch keine, das ist auch nicht aus einem Chaos heraus entstanden, sondern die Leute in Nepal, die waren immer schon darauf angewiesen, das Schicksal ihres Lebens selbst in die Hand zu nehmen. Und ich habe in einer ganz alten Podcast-Episode schon viel über die Sherpas gesprochen, weshalb wir das jetzt hier nicht nochmal aufrollen müssen. Ich glaube, Episode 2 war es, wenn es mich nicht täuscht. Die Sache am Mount Everest ist aber die, dadurch, dass es der höchste Berg der Welt ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite natürlich ein gewisses Interesse seitens der Bevölkerung da ist, ist, dass sie mit diesem Berg vielleicht auch Geld verdienen, um sich selber und die Familie zu ernähren. Denn darum geht es den Sherpas in erster Linie. Denen geht es nicht um den Staat und um die Prestige des Tourismus. Denen geht es darum, dass sie überleben können. Wir müssen hier viel, viel kleiner denken. Die Sherpas sind keine große, mächtige Organisation, sondern die sind in Wirklichkeit arme Leute. Aber dazu habe ich schon viel in der Sherpa-Episode gesprochen. Dementsprechend kann man sagen, wir schaukeln uns hier ein Problem selber hoch. Wir haben auf der einen Seite diese mächtige Regierung, mächtig deshalb, weil quasi der Everest über die leichteste Aufstiegsseite eben in diesem Land steht. Auf der anderen Seite haben wir die unfassbar hohe Nachfrage. Und es ist unglaublich hohe Interesse daran, dass dieser Berg, der Mount Everest, irgendwie bestiegen werden soll. Und wenn diese zwei, unter Anführungszeichen, Fronten aufeinandertreffen, dann kann man davon ausgehen, dass es immer auf der einen Seite einen Bittsteller gibt. Und das Interessante ist aber, dass auch die nepalesische Regierung irgendwann erkannt hat, dass dieser Bittsteller, nämlich die Touristen, die auf den Berg wollen, unfassbar reich ist im Verhältnis zur nepalesischen Bevölkerung. Denn die nepalesische Bevölkerung, für die ist ein Euro umgerechnet in nepalesische Rupien unfassbar viel Geld. Also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist deutlich mehr wert, als das, was wir unter einem Euro verstehen. Wir können uns in unseren Heimatländern fast nichts um einen Euro kaufen. In Nepal kann man für einen Euro definitiv, ja, sich für einen Tag zumindest ernähren. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Ich kriege in Österreich für einen Euro nicht mal einen Lutscher. Insofern, also wir sprechen hier von zwei sehr weit auseinanderklaffenden Welten. Und das hat irgendwann die nepalesische Regierung natürlich erkannt und hat gesagt, okay, wir passen. Die Preise, das, was wir verlangen, um unser Land am Leben zu halten und um uns leider, leider letztlich auch selbst sehr stark zu bereichern, wir passen das einfach an die Gegebenheiten des Gastes, des Touristen einfach an. Und schauen, wie weit können wir das Ganze eigentlich nach oben treiben. Gefunden wurde diese Obergrenze zum heutigen Zeitpunkt bei 11.000 Dollar. Und das ist eine verdammt große Stange Geld für jemanden, der einfach dort nur bergsteigen gehen möchte. Und wir sprechen hier ausschließlich von einem Permit und nicht von einer, ja, von einer fertigen Expedition. Davon sind wir an diesem Punkt noch sehr, sehr weit entfernt. Man muss für eine Basic-Expedition auf den Everest schon mal 25.000 Euro ungefähr einrechnen. Für sehr luxuriöse Expeditionen rechnet man am besten noch mal 50.000 bis 75.000 Euro ein. Das bedeutet, wir können uns überlegen, ob wir uns einen schönen Mittelflasse-Mercedes kaufen oder auf den Everest steigen. Also, worauf ich hinaus will, seht ihr eigentlich schon. Das ist ein Sport für Reiche geworden, in Mount Everest zu besteigen. Denn die anderen 8.000er und die 7.000er sowieso, die sind deutlich, deutlich günstiger in ihrer Permit, aber auch in der Organisation drumherum. Denn, natürlich hat nicht nur der nepalesische Staat irgendwann verstanden, dass wir hier von einem Goldesel namens Westlicher Welt sprechen, sondern auch die Agenturen, die hinter den Sherpas stecken. Das Interessante ist, wenn man mit den Sherpas selbst spricht, den Sherpas, den echten Sherpas, die würden nicht ansatzweise so viel Geld verlangen wie ihre Agenturen. Denn sie sind tatsächlich nur daran interessiert zu überleben. Sie sind, sie haben sich von dem Gedanken, den echten Sherpas, nicht in Kathmandu oder in den größeren Städten, sondern im Kumbo Valley am Fuße des Mount Everest, um es jetzt vereinfacht zu formulieren, die sind deutlich, oder die, die in Namche Bazaar zum Beispiel leben, die sind deutlich bodenständiger und die sind deutlich kleiner in ihren Interessen orientiert. Sie wollen einfach nur ihre Familie ernähren. Sie wollen ein Kind haben, das sie in die Schule schicken können und so weiter. Die wollen nicht nach Kathmandu ziehen und da dann, keine Ahnung, selber ein großes Business aufziehen oder Milliardäre werden. Das wollen sie gar nicht. So sind sie auch kulturell überhaupt nicht gestrickt. Ein einfaches Leben ist das, was diesen Menschen in der Regel genügt, wobei es natürlich hier auch einzelne Ausreißer gibt. Sie müssen sich aber über diese Agenturen organisieren, was dann letztlich dazu führt, dass die Preise ganz schön hoch sind, weil die Agenturen sich ja auch irgendwo finanzieren möchten und die leben ja dann letztlich in Kathmandu und haben dementsprechend deutlich größere Kosten und haben dementsprechend auch das Bedürfnis, ja, sich vielleicht ordentlich daran zu bereichern. Na klar, weil wenn ich 5000 Euro für eine Expedition, für einen Service verlangen kann und er wird bezahlt und ich kann 8000 Euro verlangen und er wird genauso bezahlt, dann wäre ich ja blöd, wenn ich hier bei jeder Expedition 3000 Euro pro Gast, ja, auf der Straße liegen lasse. Also aus einer wirtschaftlichen Perspektive kann man diesen ganzen Trubel um den Everest verstehen. Es handelt sich hier um ein ganz einfaches Prinzip, Angebot und Nachfrage. Die Nachfrage ist immer noch da und sie wird nicht kleiner. Aber was ebenfalls nicht kleiner wird am Mount Everest, sind natürlich die infrastrukturellen Probleme, die mit einem solchen Andrang einhergehen. Und da gibt es drei große Punkte, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Das ist einmal der Aufstiegsweg, einmal der Müll und einmal die soziale Komponente. Fangen wir bei der sozialen Komponente an. Die anderen zwei Themen sind nämlich etwas strittiger und etwas schwieriger. Deswegen hebe ich die für, ja, die hartgesottenen Podcast-Hörer auf, die bis zum Schluss durchhalten wollen. Fangen wir bei der sozialen Komponente an. Wer den Mount Everest besteigt, sagen wir im Jahr 1995, der wurde fast wie ein Held im eigenen, in der eigenen Siedlung gefeiert. Also wenn ich als, ja, aus Östösterreich stammend den Mount Everest bestiegen hätte, egal ob ich jetzt zehn Jahre alt bin, 20, 30 oder 50, das wäre eine richtig große Sache gewesen. Ich wäre damit wahrscheinlich in viele Regionalmedien gekommen. Manche Regionalmedien hätten Interviews mit mir gewollt und so weiter. Das wäre ein riesiger Deal gewesen. Im Jahr 2021 oder 2019, wenn wir mal in die Prä-Corona-Zeit schauen möchten, wo der Trubel noch groß war, da, ja, da wäre das einfach auch eine kleine Erwähnung gewesen. Aber weder für Regionalmedien noch für die eigene Siedlung, sondern da wäre eben jemand auf dem Mount Everest gewesen. Daran erkennt man aber, wie normal das Ganze wurde. Eine Everest-Besteigung ist heute eine finanzielle Hürde, keine technische, keine sportliche Hürde mehr. Die Sätze, dass der Mount Everest von wirklich jedem Dahergelaufenen bestiegen werden kann, die gibt es deshalb, weil sie wahr sind. Und die einen Anbieter, die Agenturen, die einen Anbieter sagen das, um möglichst viele Kunden anzuziehen. Die anderen sagen das, weil sie es gesehen haben, wie es funktioniert, wenn Sherpas den Leuten einen Fuß nach dem anderen in die Fußstapfen des Vordermannes stellen, weil sie sich selber nicht mehr bewegen können. Das heißt, trotzdem schaffen diese Leute es auf den Gipfel. Das heißt, es gibt auch Leute, die quasi gesehen haben, dass es jeder Depp auf den Everest schafft und dementsprechend sagen sie das gar nicht aus irgendeinem Eigeninteresse heraus, sondern aus einer gewissen Traurigkeit heraus. Und diese Traurigkeit, die muss man besprechen. Denn wenn ein Berg einmal so entwertet wird, dass die Leute sich darüber lustig machen, dass ihn jeder Depp besteigen kann, dann sollten wir uns vielleicht darüber Gedanken machen, ob es wirklich eine gute Idee ist, so einen Umgang mit dem Everest zu pflegen, wie wir es heute nun mal tun. Das ist nämlich teilweise wirklich gefährlich für uns als Gesellschaft der Bergsteiger. Wir entwerten hier Berge und ich muss sagen, dass das selbst in den Alpen nicht so drastisch ist. Denn wer in den Alpen Bergsteigen gehen möchte, selbst auf ganz leichte Berge, keine Ahnung, die Zugspitze beispielsweise, als eine der leichtesten Hochtouren der Ostalpen, wenn man es als Hochtour bezeichnen möchte natürlich, dann sehen wir hier zum Beispiel, viele Leute geben den Tipp, ja, du musst schon fit sein, schau dir das mal genauer an, schau dir hier Topos und so weiter an. Selbst das ist für eine Everest-Besteigung heute eigentlich nicht mehr notwendig. Man bucht sich einen Service und fertig. Es gibt kein Bedürfnis mehr danach, informiert zu sein. Es gibt auch kein Bedürfnis mehr danach, in irgendeiner Weise diese Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und da beißt sich die Katze natürlich in gewisser Weise auch in den Schwanz. Denn stellen wir uns mal vor, es gebe diese ganzen Agenturen nicht, es gebe diese ganzen Leute nicht, die das alles für einen übernehmen. Die Organisation, die Logistik, die Route, die Strecke, den Verlauf des Weges, das Wetter und so weiter. Wenn das niemand für einen nur übernehmen würde, dann wäre das einer der schwersten Berge der Welt in dieser Höhe. Heute ist es der leichteste, aber nur aufgrund der Umstände. Jetzt kann man sagen, naja gut, dann müssten die Nepalesen eben aufhören, das Ganze zu vermarkten. Ja, aber das wird schwierig. Denn hier wieder die soziale Komponente. Wieso sollten wir diesen Leuten die einzige Chance nehmen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich so zu finanzieren, in einem so gefährlichen Job, muss man ehrlicherweise sagen, aber sich so zu finanzieren, dass auch die ganze Familie in gewisser Weise davon leben kann. Wieso sollten wir ihnen das verbieten wollen? Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, dass wir darüber nachdenken könnten, ob wir nicht, als diejenigen, die das nachfragen, eine gewisse Mitverantwortung tragen. Ich sage nicht unbedingt, dass es so ist. Ich sage, man sollte darüber nachdenken, ob das nicht eventuell der Fall sein könnte. Schließlich sprechen wir ja immerhin davon, dass wir heute am Mount Everest einen Sport der Reichen haben. Es ist, ja, vielleicht nicht so teuer wie die Mitgliedschaft in einem exklusiven Golfclub, aber wir sind schon relativ nah dran. Heute ist es in der High Society unter den reichen Leuten, zum Beispiel unter Schauspielern, unter Hollywood-Schauspielern und so weiter, sehr, sehr üblich, und in Anführungszeichen üblich, dass man sich mit solchen, ja, ich sage jetzt mal, Prestige-Erfolgen natürlich irgendwo, ich sage jetzt mal, präsentieren möchte. Und den Mount Everest bestiegen zu haben, ist unter einer Community, die keine Ahnung hat, wie vielleicht, ja, eine Gruppe von sehr exklusiven Schauspielern, ist das vielleicht ein ziemlich cooles Ding. Und damit kann man sich irgendwo auch nochmal, das ist ein Statussymbol, würde ich jetzt mal sagen. Also, das ist aber unter den Bergsteigern anders. Die Bergsteiger wissen, worum es am Mount Everest geht und unter welchen Bedingungen sie diesen Berg besteigen können. Insofern, ja, ist es in gewisser Weise eben schon entwertet. Das heißt, wer geht heute noch auf den Mount Everest? Die Leute, die ihn als entwertet betrachten, wohl eher nicht. Das heißt, die Leute, die in ihm noch einen gewissen Status, einen gewissen Prestige sehen, die gehen rauf. Und das sind dann in der Regel Leute, die nicht in dieser Welt des Bergsports so drinstecken. Das bedeutet, er wird eigentlich, oder Nepal, wird eigentlich dadurch finanziert, dass Leute, die einfach viel zu viel Geld haben und denen ein bisschen langweilig ist, einen Berg besteigen. Dass sich dann, ironischerweise, Botschafter, aber auch Zuständige aus dem Government von Nepal hinsetzen in Interviews und sagen, dass die meisten Leute auf den Everest nicht vorbereitet sind und dann quasi von ihren Sherpas hochgetragen werden müssen, da muss ich dann aber ehrlicherweise auch sagen, tja, Selbstschuld, kein Mitleid, denn ihr habt das so gewollt. Ihr wolltet das so. Ihr werdet mit Preisen von 50.000 Euro nämlich nicht die besten Bergsteiger zu euch locken, sondern die reichsten und dass die reichsten in der Regel nicht unbedingt die besten Bergsteiger sind, das würde ich insofern schon mal als bestätigt ansehen, weil jemand, der unfassbar viel Kohle hat, in der Regel nicht immer die Zeit hat, außer er ist jetzt quasi eine Erbe, nicht immer die Zeit hat, in diesen bergsteigerischen Skills so unglaublich begabt zu werden, dass eine Mount Everest Besteigung tatsächlich auch als, ich sage mal, eigenständige Expedition laufen könnte. Das möchte ich jetzt hier mal so ganz vorsichtig in den Raum stellen. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regeln, um Gottes Willen, ist nicht jeder Reiche ein schlechter Bergsteiger, ist auch nicht jeder gute Bergsteiger arm, aber ich glaube, es ist klar, worauf ich hinaus will. Wir haben also die soziale Komponente in diesem Sinne mal als Problem abgehakt. Punkt Nummer zwei. Die Sache mit der Infrastruktur ist natürlich direkt und indirekt mit den Kosten einer Mount Everest-Expedition verbunden. Das kann man nicht abstreiten. Klar, würden wir kein Geld dafür bezahlen, hätten wir diese Infrastruktur nicht, aber es gibt sie nun mal und deswegen muss man sie auch besprechen. Die Infrastruktur sieht so aus, dass auf der nepalesischen Seite der Kumbu-Gletscher, einer der gefährlichsten Gletscher in dieser Region, so abgesichert wird, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Bergsteiger oder ein B-Steiger des Mount Everest tatsächlich in Gefahr kommen könnte. Die größte Gefahr herrscht für die sogenannten Eisfall-Doktoren, die Icefall-Doktors, Kumbu-Doktors, sie haben unterschiedliche Namen. Diese Leute, diese unfassbar begabten Bergsteiger sind dafür zuständig, vor der Expeditionssaison in den Gletscher einzusteigen und Leitern, Fixseile und Co., und so Treppen über Gletscherspalten so einzurichten, dass auch der dümmste Bergsteiger drüber kommt. Davon gibt es ganz viele Videos im Internet und man sieht auch da wieder, die Leute finden das großartig und spektakulär, weil sie eben nicht wissen, was da für ein System dahinter steckt. In Wirklichkeit ist es eine traurige Veranstaltung, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Ich möchte jetzt nicht hier schon wieder zurückschweifen. Die Sache ist die, dass diese Infrastruktur nicht nur aufgrund des Preises, der bezahlt wird, eingerichtet wird, sondern auch als eine Art Angebot für die nächste Saison. Wenn die Leute, nämlich die nach Hause kommen von ihrer Expedition, sagen, das war ganz einfach, weil da waren Leute, die haben das für mich eingerichtet und so weiter, dann ist das natürlich auch in gewisser Weise eine Werbung und deswegen machen die das Jahr für Jahr und sie müssen das auch Jahr für Jahr neu machen, denn der Gletscher bewegt sich regelmäßig. Also für jede Saison, in der der Mount Everest bestiegen werden kann, muss das wieder neu eingerichtet werden, alle Leitern und Co. Jedes Jahr sterben Leute dabei oder fast jedes Jahr sterben Leute dabei und manchmal sind es aufgrund von Lawinen sehr viele, manchmal ist es auch nur ein Einzelner, der irgendwo abstürzt, weil das eben eine unglaublich gefährliche Aufgabe ist. Ich kritisiere daran immer, naja, warum machen das nicht die Bergsteiger selber, schließlich wollen sie auf den Berg rauf. Ich finde, man sollte Gefahr nicht verkaufen können in diesem Sinne oder die Gefahren Vermeidung kaufen können. Ich finde, das ist irgendwie unethisch, wenn ich jemandem Geld dafür gebe, dass er für mich sozusagen die Lebensgefahr übernimmt. Also klar, es ist irgendwo eine Dienstleistung, also ich bezahle ja auch jemanden, dass er mir, weiß ich nicht, meine Abflussverstopfung oder so löst, aber das ist ja auch für den kein lebensgefährlicher Job, höchstens ein ekelhafter Job, aber ich glaube, ihr wisst, was der Punkt dahinter ist. Das heißt, diese Infrastruktur finde ich schon mal problematisch. Die nächste infrastrukturelle Problematik ist natürlich der Stau, der hier entsteht. Wir reden ja hier immer noch von einem Berg und ein Berg, ja, der wird in gewisser Weise natürlich dadurch ausgezeichnet, dass es mal engen Stellen gibt, exponierte Stellen, durch das Wetter bedingt diverse neue Probleme, die vielleicht nicht zu erwarten war, neue Schnee und so weit. Das alles führt dazu, dass die Bergsteiger, die oftmals eben nicht auf diese Expedition vorbereitet sind, natürlich in Probleme geraten und in Panik geraten oder vielleicht irgendwelche, ja, Ängste bekommen und da wird es natürlich dann gefährlich, weil durch diesen Stau, der dann da entsteht, da, ja, das ist ein Riesenproblem, denn je länger man auf diesem Berg ist, desto schwieriger wird es dann quasi auch, die Lawinengefahr wieder einzuschätzen und so weiter, unzählige Probleme bringt das alles mit sich, ist alles nicht so leicht. Aber das größte Problem und das ist jetzt Punkt Nummer 3, ist definitiv der Müll. Es ist interessant, wie gut die Propaganda diesbezüglich funktioniert, meiner Meinung nach. Der Everest ist ja müllfrei, da gibt es gar nicht so viel Müll und so weiter. Es gibt ja mittlerweile eigene Müll-Scherpas und so weiter. Ich weiß nicht, wer diese Propaganda installiert hat, aber ich würde jetzt mal behaupten, es handelt sich dabei um Leute, die direkt oder indirekt vom Mount Everest Tourismus profitieren könnten. Ich glaube, dass Leute, die ein Reisebüro oder Leute, die so Agenturen leiten, das gerne sagen, weil sie sonst natürlich Angst haben, dass die Leute nicht mehr kommen wollen. Aber es ist eine Müllhalde. Es gibt Bilder, die sehr bewusst so präsentiert werden, dass es eine eindrucksvolle Expedition ist, weil man sich selbst gegenüber seinem Umfeld natürlich auch als echter und großer Bergsteiger präsentieren möchte. Aber es gibt auch wenige, leider sind es ja wenige, die die Realität abbilden. Und da ist es einfach nun mal Fakt, dass überall Sauerstoffflaschen herumliegen, kaputte Zelte, die vom Wind verweht worden sind und so weiter und so fort. Wir sprechen hier von unglaublichen Massen von Müll und nur wenige Expeditionen sind bereit, diese Wahrheiten auch tatsächlich zu zeigen. Und das ist alles in allem natürlich sehr, sehr traurig, dass man hier nicht ehrlich ist. Aber die Ehrlichkeit, die würde wahrscheinlich am Ende des Tages auch Geld kosten. Der Müll ist ein großes Problem, denn er kommt nicht mehr richtig vom Berg. Und ja, es gibt einzelne Expeditionen, die dann auch wieder Müll ins Tal bringen. Interessanterweise wird das leider eher von der chinesischen Seite aus übernommen und nicht von der nepalesischen Seite aus. Das heißt, die nepalesische Seite ist auch eher vermüllt. Darüber könnte man jetzt nochmal lang philosophieren, warum das so ist, dass die Chinesen hier mehr Interesse daran haben. Aber dafür ist jetzt eigentlich auch gar keine Zeit mehr. Ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinaus. Dieser Müll, der beinhaltet auch Leichen. Denn viele Leute sterben jedes Jahr in einer Season am Everest. Sei es an Erschöpfung, Erfrierung oder einfach der Tatsache, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben und abgestürzt sind. Wenn die Leichen hoch genug liegen, sind sie quasi konserviert. Da liegen Menschen im Tiefkühlfach sozusagen. Und dieser Anblick ist natürlich für viele Leute wiederum sehr hart. Aber hier gilt es natürlich dann wieder abzuwiegen. Will ich ein großer Bergsteiger sein, wenn ich das Ganze dann zu Hause erzähle? Oder möchte ich erzählen, dass ich mich durch Müll gegraben habe und an Leichen vorbeigehen musste? Die Fakten sind nicht mit dem vereinbar, was Agenturen versuchen zu verkaufen. Und das ist meiner Meinung nach ein großer Kritikpunkt. Und ich rede hier nicht nur, aber auch, aber nicht nur von nepalesischen Agenturen, sondern vor allen Dingen von westlichen Agenturen, die meistens das Doppelte verlangen können. Wenn ihr nämlich bei einheimischen Agenturen euch mit den Leuten ein bisschen länger unterhaltet und vielleicht auch ein bisschen verhandeln könnt, dann würdet ihr die gleiche Expedition zu den gleichen Konditionen für deutlich, deutlich weniger Geld bekommen. Die westlichen Agenturen und Reisebüros zwacken sich da so unfassbar viel Geld ab, dass es eine Frechheit ist, dass sie nicht mal die Cojones besitzen, in einer gewissen Ehrlichkeit auszuformulieren, dass der Mount Everest nicht nur ein wunderschöner Berg ist und dass das nicht alles nur eine romantische Besteigung ist, sondern dass wir hier Menschen ausbeuten, dass wir hier Leute in Lebensgefahr bringen, die sich in Lebensgefahr bringen, weil wir dorthin wollen, dass wir sehr viel Müll hinterlassen werden, ob wir das wollen oder nicht, dass wir an sehr viel Müll vorbeigehen werden, um den wir uns hoffentlich nicht scheren, weil sonst hätten wir ein echt schlechtes Gewissen, dass wir uns damit beschäftigen müssen, dass wir an Leichen vorbeigehen, die nicht runtertransportiert werden, weil dafür leider keine Kapazitäten da sind und leider niemand dafür bezahlt und nur dann irgendetwas passiert in Nepal oder auch in China, wenn dafür bezahlt wird und das alles, das verschweigen diese Agenturen natürlich, logischerweise, brauchen wir nicht drüber reden, warum? Ich bin jetzt kein Idiot, wir wissen schon alle Bescheid, dass es hier um Marketing und um eine gewisse Wirtschaftlichkeit geht, aber das ist die Wahrheit und wer dann nach Hause kommt von so einer Expedition und dann erzählt, dass es das alles nicht gibt. Der ist ein komplett gewissenloses Schwein, denn er macht Werbung dafür oder für eine Art des Bergsteigens, die es meiner Meinung nach spätestens in 5 bis 10 Jahren, wenn uns der Klimawandel so dermaßen um die Ohren fliegt, eigentlich nicht mehr geben sollte. In diesem Sinne, wenn ihr jemals eine Everest-Expedition vorhabt und ich weiß, ich bin auf die ganzen speziellen Routen nicht eingegangen, ich bin auf die Messner-Route nicht eingegangen, ich bin auf so viel nicht eingegangen, es gibt ja viele schöne Dinge am Mount Everest, viele Wege, die ein-, zweimal im Jahr bestiegen werden und damit fast schon eine einsame Art des Bergsteigens bilden und tatsächlich einen Expeditionsansatz bieten, der tatsächlich echten Expeditionen und alpinen Expeditionen entspricht. Ich weiß, ich bin auf all das nicht eingegangen, aber wir reden ja hier jetzt auch nicht von diesen nischigen Ansätzen, sondern ich wollte heute erstmal, vielleicht wird es irgendwann dazu eine Fortsetzung geben, ich wollte hier erstmal über den Massentourismus sprechen und der Massentourismus, der findet eben auf der nepalesischen und in kleineren Teilen auf der chinesischen Seite statt. Insofern könnt ihr sagen oder könnt ihr das so wahrnehmen, dass alles, was ich heute gesagt habe, definitiv am ehesten noch auf die nepalesische und die chinesische Normalwege zutrifft und nicht unbedingt auf diese Ausnahmerouten, wobei auch hier muss man wieder sagen, die Permits zahlt man trotzdem, es geht nur unter ganz speziellen Umständen und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für ein anderes Mal, ich bedanke mich in diesem Sinne natürlich wie immer fürs Zuhören, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche, wir sehen uns am Dienstag bei einem Grundlagenkurs oder vielleicht einfach erst nächsten Sonntag wieder beim Podcast, abonniert gern die Alpen Academy und unterstützt mich gern über Paypal und Patreon, ihr findet alle Informationen dazu in der Podcast Beschreibung, wenn ihr diesen Podcast relevant und gut und wichtig findet oder auch das komplette Projekt Alpen Academy. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.